Okay, Leute, drückt mir die Daumen. Jetzt kommt noch ein Singestun. Nein! Sir! Oh mein Gott, Junge, der kann dreimal super attacken. Unter 50% nur zweimal, aber trotzdem. Wieso macht er das so spannend? Ey, der... Oh mein Gott, der dumme Penner, Alter. Junge hatte ich gerade Angst. Die Lett Lira, Frey Zahn, 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 Smao, Askedab. Second for himself MVP an der Stelle. Auf geht's, Leute. Für diesen Singestun haben wir gekämpft. Du dummer Dreiauge, verpiss dich, du Hund. Was haben die Glatzköpfe mit mir? Erst zieh ich Krillin. Ich zieh ums Verrecken, Krillin und nicht Piccolo. Und jetzt dasselbe mit Goku? Puh, ich kann nicht mehr, Alter. Das hätte einfach der neue Goku sein können. Stattdessen zieh ich seinen ver***ten Nebencharakter, Alter. Mit nem Singestun auch noch. Ey, Jungs, ohne Witz. Mittlerweile spielt das Spiel mit mir. Also, es verarscht mich links und rechts einfach nur. Oh mein Gott. Junge, wenn ich aber dafür meine Willens zieh, dann ist mir scheißegal. Nur her mit denen, Alter. Mmh, Singestun Elatanz, Alter. Ja, Mann, das bin einfach ich. 1 zu 1, gibt euch. 1 zu 1, Armumfang, alles. 1 zu 1, das ist... Ah, Junge. Komm ran, komm ran. Tschüss.